Hallo zu InsidePolitics, heute vom C3. Neben mir sitzt Martin Hase, seines Zeichens Romanist und eben Sprachwissenschaftler. Er nimmt gerne als ein gewisses Hobby die Reden von Politikern auseinander und analysiert sie eben auf Phrasen, auf Floskeln und auch im Bereich der Sinnhaftigkeit ihrer Aussagen. Das ist jedes Jahr, kann man sagen, beim C3 ein definitives Highlight und daher spreche ich heute mit ihm. Martin, um was geht es dir bei deiner Tätigkeit, was machst du? Naja, also ich bin ja Sprachwissenschaftler, aber in meinem Beruf beschäftige ich mich mehr eben auch vor allem mit den romanischen Sprachen und mit dem Sprachvergleich und mit Fragen des Sprachkontakts. Also was passiert, wenn Menschen mehr sprachlich sind, also mehrere Sprachen sprechen und hier geht es ja eben um die Sprache der Politik und du hast es schon richtig gesagt, das ist mehr so ein Hobby. Nun würde ich vielleicht nicht unbedingt Hobby sagen, weil es ja doch was mit meinem Beruf zu tun hat, aber es spielt in meiner beruflichen Tätigkeit eher eine untergeordnete Rolle. Dennoch finde ich das sehr spannend, die Sprache der Politik zu untersuchen und ich habe ja auch zusammen mit Kai Biermann, mit dem ich ja auch vorgetragen habe, dazu ein Buch veröffentlicht über die Sprache der Politik, Neusprech, eben wie wir das nennen, in Anlehnung an George Orwell, der ja diesen Begriff Neusprech auf Englisch geprägt hat und da ging es ja auch schon um die Sprache der Politik und das haben wir halt aufgegriffen und jetzt untersuchen wir eben, wie vor allen Dingen Wörter verwendet werden. Das heißt, wir haben auch einen Blog, der heißt neusprech.org, das dem haben wir halt dann ein Buch gemacht. Dort werden halt vor allen Dingen neue Wörter, die aufgekommen sind in der politischen Sprache untersucht und kritisch analysiert. Wir wollen uns aber nicht nur auf die Wörter beschränken, also wir haben uns ja hier auch mal mit größeren Einheiten Beschäftigten, die sogenannten Floskeln und Redewendungen, Pleonasmen, Fülsel, also Pleonasmen sind so Wortblähungen, Blähungen eben, Wortblähungen und das geht natürlich über ein einzelnes Wort unter Umständen hinaus und ist aber trotzdem sehr sehr spannend. Und warum hast du eigentlich damit überhaupt angefangen oder was hat dich motiviert? Du unterrichtest ja glaube ich schon seit den frühen 90er Jahren, also du bist ja schon sehr lange im Medien tätig. Hast du da schon in deiner Studienzeit begonnen zu machen oder erst später? Ne, das hat sich erst später ergeben. Also es war so, dass, also ich sag dir schon, wir lehnen uns an Orwell an und das Buch von Orwell, also 1984, ist dann zum Orwell Jubiläum 2006, bin ich halt gefragt worden, ob ich nicht mal was machen möchte über... Also 100 Jahre? Ne, nicht 100 Jahre, das sind 48, äh 48 bis 2008, nicht 2006, 2008, sind halt 60 Jahre. Okay. Also zum 60. Jubiläum habe ich nicht was dazu machen wollte und zwar war ich eingeladen worden von, vom Chaos-Gepielter-Club Dresden und kommt dazu, in Dresden gibt es nochmal eine Figur, die wichtig ist, ja, nämlich Viktor Klemperer, der ja über die Sprache des Dritten Reichs gearbeitet hat und so kam... Ja, du bist bekannt, ja. Ja, so kamen halt die beiden Dinge zusammen und ich bin halt in Dresden eingeladen worden mit dem speziellen Wunsch, über Neusprech zu sprechen. Na ja, und da habe ich erstmal gesagt, gut, da muss ich mal einarbeiten und dann hat ein bekannter Podcaster, Tim Pridlove, gesagt, also wenn man sich einarbeitet, dann macht man am besten erstmal ein Podcast. Ja, und so habe ich das auch gemacht. Ich habe also erstmal einen Podcast gemacht mit Tim zusammen über Neusprech und die Ideen habe ich dann weiter ausgearbeitet zum Vortrag, dann war da der Vortrag und dann habe ich halt einen Vortrag eingereicht beim Chaos-Communication-Kongress und habe dann dort auch einen Vortrag gehalten und dadurch ist die ganze Sache ins Rollen gekommen. Da hat dann Kai Biermann das auch gehört, der saß im Publikum und hat mich dann später angesprochen, ob ich dich mit ihm zusammen einen Blog machen möchte. Und so haben wir dann halt angefangen mit dem Blog. 2010 und 2011 gab es dann schon einen Preis dafür, den Grimme Online Award. Und dann kam halt auch die Verlage und haben gesagt, ja, da muss halt mal ein Buch erscheinen. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir mal ein Buch. Ja, und so kommt dann eins zum anderen und ja, so bin ich dann also auch richtig zum Experten mit der Zeit geworden auf dem Gebiet, was eigentlich gar nicht so im Zentrum meiner beruflichen Tätigkeit steht. Vergleichst du eigentlich auch ausländische oder historische Sprachen, also sprich Aussagen von Politikern vor, sagen wir, 40, 50 Jahren mit dem, was heute ist und auch den gegenwärtigen Darstellungen der deutschen Bundesregierung, zum Beispiel im Verhältnis mit den US-amerikanischen Statements oder auch anderen europäischen Statements? Ja, also klar, ich habe am Anfang natürlich da auch geguckt, weil ich ja nur Romanist bin, in die romanischen Sprachen und habe tatsächlich auch mal ein bisschen mehr das im französischen angeschaut. Und im italienischen, da gibt es auch sehr interessante Parallelen, zum Beispiel die Sprache des Fußballs. Da haben auch schon andere drüber gearbeitet. Das habe ich dann bei meinen Recherchen gefunden. Also als Berlusconi neu aufgetreten ist in Italien, hat er sehr, sehr viele Fußballmetaphern verwendet. Und das hat dann auch, das hatte was damit zu tun, dass er sich eben so volksnah geben wollte. Also ein Aspekt des Populismus spielt da eine Rolle. Und später, mit den Fußballmetaphern, das ist merkwürdigerweise sehr später in Deutschland aufgetaucht. Und zwar dann erst so im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland und dann hat die SPD das aufgegriffen, Müntefering als Spielführer und so weiter. Da kamen dann die Fußballmetaphern. Also das kam dann in Deutschland etwas später. Und in Frankreich ist es auch schon etwas früher. Also Sarkozy-Sprache ist da auch sehr, sehr interessant. Weil bei Sarkozy so ein bisschen der Spagat ist auf der einen Seite, er ist ein konservativer Politiker, sich sehr konservativ zu geben. Staatstragen, als er Staatspräsident war. Und jetzt sogar fast noch näher, weil er ja wieder Staatspräsident werden möchte. Und auf der anderen Seite gibt er sich dann aber auch immer sehr populistisch. Und er hat mal sehr viele Anleihen an der gesprochenen Sprache, die eigentlich für die Politikersprache untypisch ist. Weil die traditionelle Politikersprache in Frankreich sehr rückwärts gewandt ist. Also sehr schriftsprachlich wird dort gesprochen. Wenn man die Reden von De Gaulle oder so hört, dann denkt man immer, dass das aus dem 19. Jahrhundert oder so. Auch Vitterrand hat so gesprochen, obwohl er ein linker Politiker war. Und bei Sarkozy, der ja wieder ein rechter Politiker ist, kommt dann plötzlich der Populismus eben auch sprachlich zum Vorschein, weil er eben sehr häufig, sehr volksnah, sehr gesprochen sprachlich spricht. Und das offensichtlich auch wirklich kultiviert. Denn, ich meine, so Reden, wenn er redet vor der UNO oder anderswo, dann ist das natürlich schon sehr geplant. Nicht nur einer von ihm beschrieben. Und wenn es dann so weit geht, dass man sogar in Bezug auf die Schriftnormen normwidrige Texte findet, dann ist das schon sehr auffällig. Also das ist ihm, glaube ich, sehr wichtig, sich da sehr volksnah zu geben. Und das sieht man sprachlich sehr, sehr deutlich. Ihr habt heute in eurem Vortrag das Thema Flüchtlingskrise auch verdeutlicht. Und insbesondere diese Rede der Bundesregierung angesprochen, also Merkel 5237 Wörter, wo die Flüchtlingskrise thematisiert wurde, genauso wie eben auch der Terrorismus. Und dann hattet ihr daneben einen Text zusammengekürzt, wo ihr sozusagen alle Wiederholungen und Replikationen etc. rausgeschrieben habt. Auf wie viele Wörter seid ihr bei der gekürzten Fassung eigentlich gekommen? Und was fällt euch bei dieser gesamten Rede überhaupt auf? Ja, wir sind dann, glaube ich, auf 2400 gekommen. Das heißt also, mehr als die Hälfte, ich glaube 56 Prozent, konnte man streichen. Wir haben es da nicht gleich gemacht. Wir haben ja bestimmte Kriterien gehabt, also zum Beispiel Wiederholungen oder Texte ohne Informationsgehalt mit Damen und Herren und so. Das haben wir alles gestrichen und wir haben es da wirklich nicht gleich gemacht. Wir haben also nicht automatisch gestrichen, sondern wir haben eigentlich über jede Stelle, die wir gestrichen haben, auch diskutiert. Das Interessante war dann, je öfter wir den Text durchgegangen sind, umso mehr konnten wir streichen. Umso mehr haben wir gestrichen. Und man kann eben wirklich sagen, dass eben nur 44 Prozent wirklich neue Informationen enthalten. Dazu kommt noch, wenn man sich diese neue Information anschaut, dass sie zum Teil vom Thema abweicht. Sie richten ja großen Wert darauf zu informieren, wie viele Stellen jetzt bei der Bundespolizei und so neu geschaffen werden, was ja nicht unbedingt was mit der Flüchtlingskrise zu tun hat. Da geht es ja nun um Gepänke von Terrorismus, obwohl das Thema Flüchtlinge ist. Und das zeigte eben auch, dass da eben zum Thema Flüchtlinge sehr wenig drinsteckt. Und wenn man das dann auch noch inhaltlich kritisch anschaut, das was übrig bleibt, dann steht da eigentlich nur drin, wir machen jetzt was. Aber was genau, wird eben auch nicht dargestellt. Und das ist schon sehr bezeichnend. Und wie lange diskutierst du dann mit dem Kai dann darüber? Oder wie viel Zeit geht bei euch generell in Vorbereitung zu den Podcasts drauf? Oder zu den Blogbeiträgen? Naja, also wir machen, wir bloggen eigentlich fast immer zusammen. Also manchmal schreibt man auch mal alleine was, was man dann listet. Aber wir bloggen eigentlich zusammen. Also es steht natürlich jetzt bei den Blogbeiträgen immer ein Erstautor da. Das ist praktisch derjenige, der damit angefangen hat, mit dem Artikel. Aber wir diskutieren eigentlich über alles. Und jetzt die Vorbereitung für den Podcast. Gut, da bereitet natürlich jeder für sich die Sachen erstmal vor. Und dann diskutieren wir eigentlich während des Podcasts, dass es fast weniger Aufwand ist. Jetzt für den Vortrag haben wir ja schon sehr viel Zeit investiert. Also wir haben alleine über diesen Merkel-Text mit Sicherheit drei Abende. Und wenn ich Abend sage, dann geht es halt am frühen Abend los und endet meistens nach mit der Nacht. Drei Abende halt wirklich alleine über diesen Merkel-Text diskutiert. Wir sind wirklich akribisch das alles durchgegangen. Das muss man halt. Man muss halt wirklich ganz nah am Text arbeiten. Und das kostet schon viel Zeit. Das zeigt auch, dass es nicht so einfach ist. Also manchmal denkt man, naja, das scheint jetzt doch vielleicht ganz sinnvoll zu sein, was sie sagt. Und beim zweiten Lesen merkt man, nee, das muss aufgestrichen werden. Und ich denke, wenn wir noch länger diskutiert hätten, wären wir noch weniger in Richtung. Das ist halt oft dann eine Abwägungsfrage, was man streichen kann und was nicht. Man sieht, die Arbeit macht ja auch Freude. Ja. Eine weitere Frage bezieht sich darauf, heute wurde in der Fragerunde kurz mal diskutiert, dass ihr eben, also ob ihr gestigen und auch eben generell das Benehmen der Politiker auch analysiert oder in die Analyse mit hineinbezieht. Meine Anschlussfrage daran ist, kennst du eigentlich auch manche dieser Politiker, die du analysierst, auch persönlich oder machst du wirklich in erster Linie reine Fernanalysen von dem, was öffentlich publiziert wird? Ja, von den deutschen Spitzenpolitikern kenne ich wenig persönlich. Bin zwar schon mal eingeladen gewesen, die SPD-Bundestagsfraktion hat mich schon mal eingeladen, also ein Teil davon, der Seehammer Kreis zum Mittagessen im Bundestag mit den Mitgliedern des Seehammerkreises, wozu dann das Thema doch viele interessiert, auch dann andere Mitglieder der Fraktion gekommen sind, also von der sogenannten Parlamentarischen Linken, das ist der andere Flügel der Fraktion, und insbesondere Wolfgang Thierse, dem das sehr interessierte, der dann dazugekommen ist und auch sehr lebhaft mit mir diskutiert hat. Also insofern habe ich da dann auch näheren Kontakt gehabt, aber mit denjenigen, mit denen ich hauptsächlich beschäftige, also ist natürlich klar, Angela Seehofer, Angela Merkel, Horst Seehofer, also die sind, mit denen habe ich nun überhaupt keinen Kontakt, die habe ich auch noch nie persönlich getroffen. Das wäre natürlich auch nicht uninteressant, da mal zu sehen, aber es geht ja darum, es geht ja nicht darum, die Leute irgendwie zu beobachten in einer informellen Situation. Ich mag es auch nicht so gerne, Interviews zu analysieren, weil da natürlich viele erst mal reagieren müssen und so, und niemand ist perfekt, also ich kann auch nicht, also auch hier jetzt nicht druckreif reden, es geht mir hier ja eigentlich vor allen Dingen um Reden und auch nicht um irgendwelche Reden, also nicht unbedingt um Wahlkampfreden, sondern hier geht es ja wirklich um ganz offizielle Texte, also bei Angela Merkel ja um eine Regierungserklärung, also um einen Text, der historisch ist, also auf diesen Text wird man immer wieder schauen. Das ist kein Gelegenheitstext, sondern der ist wirklich sehr gut vorbereitet, da haben sehr viele Leute drüber geschaut, an der Verfassung dieses Textes sind auch mehrere Personen mit Sicherheit beteiligt gewesen und wenn da dann so viele Pleonasmen drin sind und so viele Phrasen, die halt nicht zur Information beitragen, dann ist das schon bezeichnender, als wenn das ungeplant ist, also es geht schon wirklich umgeplante Texte. Bei der Gestik und Mimik ist das natürlich schwierig, weil das nicht unbedingt gut kontrolliert werden kann, obwohl das sicherlich auch sehr aufschlussreich ist, also das hängt natürlich auch vom Sprecher an. Also ich denke gerade bei Thomas de Maizière ist es teilweise recht auffällig, auch Gestik und Mimik zu beobachten. Das habe ich bisher nicht gemacht, aber darum könnte man sich auch noch mal ein bisschen beobachten. Kurze Erklärung für die nichtdeutschen Hörer. Thomas de Maizière ist der deutsche Innenminister, ehemaliger Verteidigungsminister, hat einmal den Herrn Guttenberg beerbt und das nun mal so nebenbei angemerkt. Gibt es aber zum Beispiel von politischer Seite, also du hast diesen Seehoferkreis erwähnt, Seeheimerkreis, was jetzt braucht, also gibt es Nummer eins, was ist das und Nummer zwei, gibt es auch ab und an Pressesprecher oder einfach Personen aus der Entourage von Politikern, die sich bei dir melden. Und als dritte Frage, aber das können wir vielleicht nochmal extra machen, ist, wie sehr weisen dich deine Leser oder deine Zuhörer, schrägstlich so sehr, auf diverse Dinge hin? Ja, also der Seehoferkreis ist ein politischer Flügel der SPD. Und zwar geht es insbesondere um die Parlamentarier. Dann gibt es die mehr wirtschaftsorientierten Rechten, also Rechten der SPD. Also Wirtschaftsliberale. Wirtschaftsliberale und so, also die, die auf der Schröder-Linie sind. Das ist der wieder so genannte Seeheimerkreis, der ist auch ein paar älter als Schröder. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben den linken Flügel der SPD. Weil da auch links eine andere Bedeutung hat, als es sonst hat. Die nennt sich die parlamentarische Linke. Weil die SPD für sich in Anspruch nimmt, die Linke zu sein. Aber es gibt ja eine Partei, die auch so heißt. Und wie gesagt, die eine Gruppierung hat mich eingeladen. Ich wäre auch zu anderen gegangen. Ja, und die zweite, was war die zweite Frage? Die zweite Frage war, ob dich eben parlamentarische Mitarbeiter oder eben Presse oder Entourage, also Personen aus dem näheren Dumstkreis von Politikern auch kontaktiert? Ja, das passiert in der Tat. Und ich habe auch eine sehr interessante E-Mail-Zuschrift bekommen von einem früheren Mitarbeiter, der inzwischen in Pension ist, aus einer Landesstaatskanzlei, der halt zuständig war direkt für die Auftritte des Ministerpräsidenten. Und der hat da so ein bisschen auch erzählt, was er da früher vor seiner Pensionierung gemacht hat in dieser E-Mail. Und das fand ich sehr aufschlussreich. Also es ist in der Tat so, dass es Leute gibt, die damit beschäftigt sind, die Sprache ihrer Minister und Ministerpräsidenten zu kontrollieren. Also das ist, wie gesagt, deshalb macht es ja auch Spaß, weil sozusagen diejenigen, die das verfasst haben, da auch Hirnschmalz reingesteckt haben. Dann kann man sich auch interessanter damit auseinandersetzen. Also wie gesagt, kein Zufall, auch wenn manche Sachen so fisch und dumm wirken, ist es nicht so. Da sind wirklich Leute dahinter. Das war auch dann für mich nochmal eine sehr schöne Bestätigung. Ich habe auch noch andere Kontakte gehabt. Zum Beispiel hat mir eine Studienfreundin erzählt, dass sie selbst schon geschrieben hat. Also das kommt eben auch bei Sprachwissenschaftlern vor, was man nicht unbedingt weiß. Also das hat mich dann auch überrascht. Und da hat er natürlich auch nochmal Einblicke gewinnen können. Ja und die dritte Frage hängt ja damit zusammen. Also wir kriegen sehr viel Feedback und wir kriegen sehr viel Input. Das läuft eigentlich, das wird eigentlich auch immer intensiver. Also je länger wir das machen, umso mehr Input bekommen wir. Also wir bekommen ganz, ganz viele Vorschläge, die können wir langweil bearbeiten. Also die Vorschlagsliste ist so lang, was ja auch schön eigentlich ist. Denn wir hatten, als wir angefangen haben, haben wir mal gedacht, naja, nach so 60, 70 Wörtern in unserem Blog wird es vielleicht schwierig. Das ist aber gar nicht der Fall. Also wenn wir jetzt eine so lange Liste haben, die alleine schon sicherlich auch, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viel es genau sind, aber sicher mehr als 50 Wörter, die wir da allein noch auf der Warteliste haben. Nun ist es schwierig. Manchmal sind es schwierige Sachen, wo uns auch nicht sofort was einfällt oder auch Sachen, die dann schon ein bisschen wieder aus der Aktualität befunden sind. Dann ist es auch nicht so interessant. Und dann oft ist es sehr lokal, also zum Beispiel Stuttgart 21 oder so. Das ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber manchmal denkt man sich dann auch, ach, das müssen wir jetzt vielleicht nicht aufgreifen. Weil wir doch Leser aus ganz Deutschland und aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, auch in Österreich und in der Schweiz haben. Wir haben auch Austriazismen, gibt es auch. Womit wir zur direkten Frage kommen, wer dich darauf hinweist? Also es gibt da Input, auf den wir auch sonst nicht gekommen wären. Also dieser österreichische Ausdruck, der ist uns dann auch zugeschickt worden. Entschuldige Wünsche. Und da muss ich jetzt nachdenken. Das war auch irgendwas, sowas ähnliches wie Gefährder. Also mit so, das ist das Pre-Crime-Konzept, dass also die Kriminalfälle schon bearbeitet worden werden, bevor jemand irgendwas tut. Und da gibt es in Österreich ein schönes Wort dafür. Wenn es jetzt nicht einfällt, dann müsste ich jetzt nachdenken. Das haben wir auch in unserem Buch. Das hat uns dann so gut gefallen, dass wir das dann auch in die Kurzliste getan haben für unser Buch. Übrigens, kleine Anekdote. Ich nehme an, du kennst vielleicht auch den alten Kabarettisten Farkasch. Ja, habe ich schon mal gehört. Zumindest vielleicht namentlich. Karl Farkasch hat schon in den 60er Jahren einen Gag, ähnlich wie dem Novelty Report, gemacht. Also da wurde auch im Vorfeld schon sehr schön skizziert, wie ein möglicher Mord ausschaut, wenn der Schutzpolizist schon vorher daneben steht. Ja, also solche Ideen gibt es überall in Europa bei den Innenministern und da gibt es auch in Österreich eine interessante Terminologie. Recherchiere ich noch. Es ist auch so, wir haben in Österreich und Austrazismen und Graz, in Graz gibt es jährlich, eben jetzt um die Jahreszeit, von der Germanistik heraus die Verkündung des Unwort des Jahres und des Wort des Jahres. Was ist deiner Meinung nach das Wort des Jahres, also für dich aus einer subjektiven Sicht und das Unwort oder der Unbegriff des Jahres? Oh, positives Wort. Positive Wörter sind jetzt nicht so mein Ding. Da fällt mir jetzt auf einigen eigentlich nichts ein. Also an negativen Wörtern gibt es eine ganze Menge. Also wir haben darüber auch gesprochen, also ich finde Flüchtlingsansturm ist schon auch irgendwo ganz perfide. Weil es erstmal nicht so schlimm klingt mit dem einen Sturm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine Kriegsmetapher. Und das finde ich halt gerade problematisch. Wenn halt im Zusammenhang mit Flüchtlingen mit zwei Metaphern verwendet werden, dann ändert sich nach und nach, und das häufiger passiert eben auch die Einstellung. Und dann kommt es wirklich zu einer Konfrontation. Und das ist immer sehr problematisch. Und deshalb, das wäre ein Unwort. Positive Wörter, schwer zu sagen. Also da müsste ich jetzt mal länger drüber nachdenken. Ich muss sagen, ich hätte ja diverse Auswärtssismen, die dir gefallen. Ich würde das dann im Nachhinein per E-Mail dazu kommen lassen, weil ich selber jetzt natürlich keins im Kopf habe. Aber unser Verteidigungsminister ist da auch sehr bemüht, einiges zu machen. Ja, also Verteidigungsminister und Innenminister sind immer diejenigen, die man haben möchte. Also die müssen, also insbesondere jetzt bei Innenminister, haben ja oft auch die Aufgabe, wissen sie vielleicht nicht, aber sie haben halt die Aufgabe, so ein bisschen zu lobbyieren für ihre nachgeordneten Behörden. Und die wollen halt immer maximal unpopuläre Dinge. Also müssen diese unpopulären Dinge, wie im Vorrasteinspeicher und anderes eben dann populär gemacht werden durch die richtigen Wörter. Und da ist es halt besonders häufig, dass Dinge auffallen. Und jetzt sind mir zwei eingefallen. Das eine war nämlich ein Tor mit Seitenteilen, wie man den Zaun im Spielfeld benennt, von sozialistischer Seite. Und von konservativer Seite heißt das Ding dann Grenzzaunmanagement. Ah ja, Grenzzaunmanagement ist in der Tat auch sehr interessant. Ja, gut, dann sage ich danke für das Gespräch. Wir machen heuer unseren Jahresausklang in Hamburg. Daher wird das auch noch ziemlich lustig werden. Zum Schluss habe ich noch eine kleine Bitte. Ich habe da nämlich auch so ein wunderbares Video aus der guten alten Zeit. Und das würde ich dich dann bitten, noch kurz zu analysieren, was du machen könntest. Das kriegst du dann gleich im Clip danach. Und ich sage vielen Dank. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Das werde ich in mehreren Folgen noch sagen. Ich hoffe, ich war heute nicht so breit jetzt in der Aussage. Ich wünsche euch alles Gute und bis demnächst. Okay. Danke.